Willkommen, Freunde, zu einer weiteren Runde DOOM. So, jetzt springen wir hier mal rüber. Jawoll. Mal schauen, was uns hier erwartet. Mal schauen, was uns hier erwartet. Ja, das weiß ich auch nicht. Mal schauen, was uns hier erwartet. Ja, das wollen wir ja gar nicht. Die Verlösung liegt nicht länger in deinen Händen. Alles schön einsammeln. Mal schauen, was wir looten, ist dasselbe Leben. Okay. 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 Ich werde mich erst mal wieder dran gewöhnen hier. Mann, 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 Mann. Das geht ja hier schon gut ab. Alles gut, was wir haben. � hier geht es weiter das lassen wir mal so oder springen auch gar nicht erst so auf jeden fall erst mal wieder reinkommen hier schon ein bisschen länger nicht gespielt hat dann hier müssen jetzt rüber ja von da kommen wir doch das sind schon wieder für ein trick hier so wir sind doch von ihr müssen das tor aufgegangen so muss man denn hin da muss sein baue die himmelssuche wieder auf okay dann war das doch mal richtig war doch nicht richtig hier lang alles klar mein fehler die rechterbatterie kann ihrem schiff zusätzliche energie verleiht diverse module werden nicht benutzt mit weiteren batterien können sie alle funktionen ihrer kommando zentrale einsetzen gut zu wissen ein bisschen leiser machen hier kriegt mir das ohr weg so der reverend ist ein schwerer auf luftangriffe mittlere distanz speziell als dämon die schulterkanonen sind keine seine schwachpunkte zerstöre sie kürt okay 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 das ist eine große okay Los, los! Los, los, los! oh es kommt dann, jawollt oh Gott, was ist denn da drin? Ah, da hat er auch wieder wer geballert. So. Wo musst du überhaupt hin? Ah, geradeaus. Geradeaus, geradeaus. War aber doch bestimmt geradeaus nach oben, oder? Ja, wie machen wir das denn schon wieder? 42 Meter. Komisch. Der kennzeichnet das und hier müssen wir auch hin. Aber können wir hier noch nichts machen. Wie kommen wir da hin? Wie kommen wir da rüber? Wir sind da rüber. Das ist ja eine gute Frage. Das bringt auch nichts. Was? Okay, den suchen wir mal weiter. Wir haben irgendwas übersehen. Irgendein Hebel, irgendein Schalter. Wir müssen da lang. Den müssen wir einfach nur hier lang. Kann natürlich auch sein. Wenig Munition. Springtotter hier auch nicht. Okay, Automap erhalten. Hier gibt es wieder Lootbox Munition. Sehr gut. So. Was haben wir denn noch nicht? Hitze freigeschaltet. Sehr gut. In der Nähe ist ein Wächter-Energiekern. Aktivieren Sie damit den Mech, um den Weg freizumachen. Okay, machen wir. Kommt mal, das wird ja der hier sein, ne? Jawoll. Das war's. Ohja, der braucht ein bisschen mehr Energie, um da durchzukommen. Okay. Wann hält der sich denn nicht fest? So, und jetzt würde ich sagen, hier rüber, oder? So, das gibt Energie, das ist gut. So Energie. Ich war ein Poker. Ich war ein Poker und das. Zack. Der nächste. Aber das wäre ja zu schön wenn es hier weitergehen würde. Oh, wo muss man denn hin? ja da müssen wir hin aber nicht dass er die tür einfach so auf macht was soll die denn gut sein die ist auch nur gut ich hochklettere oder geht's doch so könnte es gehen ja dann sind wir hier wieder ok jetzt müsste das tor vielleicht sogar auf sein alles klar das hätte mir doch mal einer vorher sagen sollen das sieht aber geil aus ab in die grube jawohl ja 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 jetzt können wir die nämlich gut gebrauchen hier ist noch ein bisschen energie ja 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 hier war doch gerne ja 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 Das war's für heute. So, das sieht jetzt aus. Oh Mann. Brauch noch. Das geht hier echt ab. Das ist mal weg hier. Bafel wechseln Jo Jetzt hoffen, dass wir ihn gleich haben Jo Immer noch mehr Waffenpunkte halten Haben wir es geschafft Tor ist auf Jawoll, Tor ist auf Prima Jetzt müssen wir noch in die Lava fallen Das wär's ja Super Unglaublich Ja, war ein harter Kampf Jo, wir brauchen da eine Energie Dankeschön Ja, die Position brauche ich dir auch Vielen Dank dafür So, Dashbooster Hol dir einen Dashbooster Um deine Dash-Anhalt Vollständig Aufzufüllen Anschließend kannst du erneut daschen Um große Lücken zu überwinden Leertaste weiter Oh Okay Komisch Okay Okay Das haben wir sehr gut Doch nicht Jetzt haben wir es doch, oder? Wir sind immer noch da Also ist das denn immer noch da Das bestehen nicht So, wo müssen wir denn überhaupt lang Das ist ja eigentlich entscheidend So Wir müssen hier lang Und Munition einsammeln Da brauchen wir gar nicht Okay Oh Mann ey Das gibt's doch gar nicht 20 Meter Muss ich nach oben Wenn Ja Hier geht's weiter Jawoll Mal gucken Wo wir die einsetzen können So Hier geht's weiter Oh ja Das ist auch noch Energie. Äh, ne Munition. Ja wohl, so geht's auch. Prima. Und jetzt hier rüber. Jo, na, jetzt nehmen wir das mal. Prima, jetzt müssen wir mal schauen, was weitergeht. Achtung, aber oben geht's weiter. Jawohl, Auge und Raus. Ab in die Höhle. Ich will Munition sammeln. Ich glaube, ich sollte die Kanister nicht mal runterstoßen. Kann ich sogar mal gebrauchen wahrscheinlich. So, jetzt müssen wir mal gucken. Was ist da hinten hin? Okay, Energie ist aber voll. Ich glaube, das ist hier schon ganz richtig. Ach, da oben geht's ja lang. War nicht gesehen. Sollte auch manchmal zweimal hingucken. Und das hier nicht runterfalle. Ja wohl. Ja wohl. Hm, super. Drin sind wir. Wenig Munition. Ja, was soll ich denn machen? Oh ja, ich glaube, ich muss da ein bisschen Munition. Ich kann Treibstoffen mehr, okay. Ah, das können wir ausschlagen. Alles klar. Alles klar. Okay. fade. Ich verstehe aber gar nicht. Ich verstehe aber immer noch mal aus. Ich verstehe aber auch mal. Ich verstehe aber doch nicht auf. Und da war ich. Ich verstehe den Platz hier. 's mal neu. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich hab's nicht mehr gehört. Ich hab's nicht mehr gehört. Ich hab's nicht mehr gehört. Jolle. Jawohl. Mal, dass es hier weiter geht. Langsam haben wir den Bogen raus. Wird er gar nicht hoch? Warum nicht? Okay, dann müssen wir auch hier lang. Wenig Munition, das heißt beim Gegner müssen wir auf jeden Fall die Kettensäge anwenden. Ich kann hier nicht springen, das ist die Scheiße. Das geht mir um den Pinsel. Okay, da geht es in eine Höhle rein. Muss man wahrscheinlich da lang. Die Schrotflinte nimmt er aber nicht. Sagt aber immer, ich habe zu wenig Munition. Wird er fahren. Prima. Jo. 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 Hat geklappt. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann, ey. War aber eine harte Nummer, sag ich euch. Und rein in die Olga. Ja. Sehr gut. Jo. Da sind wir. Bin ich mal gespannt, wie es weiter geht. Okay, das war jetzt relativ einfach. Oha. Da ist die Dinger verschwinden im Boden. Yack. Mwsealayha. Edwärm. Entschwund. Erwärm, der bist du. l ja komm er ja 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 ja